Hiroshima Nichts von alledem ist wahr. Erst vor kurzem sah ich ihn im Garten seines Hauses vor der Stadt. Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war das nackte Vorstadthaus, die junge Frau, die neben ihm stand im Blumenkleid, das kleine Mädchen an ihrer Hand, der Knabe, der auf seinem Rücken saß und über seinem Kopf die Peitsche schwang. Sehr gut erkennbar war er selbst, vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht verzerrt von Lachen, weil der Fotograf hinter der Hecke stand, das Auge der Welt. der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020